So, jetzt kommen wir nach vorne in der Inführung. Und hier werden wir wieder auf hier zu. Dann kommen wir gerade auf drei. Dann gehen wir wieder auf hier. Dann gehen wir wieder auf hier. Und hier, wir hatten eine Art Nennevorsprung. Wir haben hier eigentlich einen Spiel dran. Wir schauen, ob wir noch eine Möglichkeit bekommen für einen Angriff. Hier ist die Spielerei, was weiß nicht aus, mit sehr wirklich wenig. Und hier wollen wir voll schaffen. Doch!